Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tomb Raider. Wie ihr seht, wir stehen hier immer noch und wir begeben uns jetzt mal nach da unten. Lauer ist ja doch sehr angeschlagen. No, guckt euch das an. Ihr geht's überhaupt nicht gut. Ja, da sollte man vielleicht mal gucken gehen. Oh nein. Sie ist irgendwo in der Kloake gelandet. Ich weiß nicht, wo man sich brechen. Bitte. Ich weiß, du bist mit ihm gefirrt. Ich weiß nicht, dass er gleich irgendwo ein Leiche runterrollt. Warum muss ich sowas sagen? Warum? Oh mein Gott. Okay, die Schuhe ist vorbei. Drück auf eure Posten. Was zum Teufel ist da drin los? Der Somalia. Der ist tot. Der ist tot. Ist das hier irgendwo noch einer? Oh, sehr schön. Schon wieder. Natürlich mussten wir jetzt genau in dem ihr Lager laufen. Habe ich die hier unten schon geloodet? Okay. Ähm, ich will mich aber kurz nochmal umgucken. Ja, hier liegt Muni. Na, komm mal hier raus. Aber sie kann aktuell noch nicht mal springen, wie ihr seht. Ohne dass sie dadurch wieder ins Graue läuft. Und mehr Auer hat. Ähm, ich nehme jetzt kein Feuer mit, den Feuer können wir jederzeit auch selbst anmachen. Dass hier so viel Munition liegt, heißt für mich nichts Gutes. Ich hoffe, ich laufe gerade zum Boot richtig. Eine Überlebende, ja. Sowas soll es auch geben, habe ich gehört. Oh Gott. Muni können wir aber nicht gebrauchen. Bitteschön, Junge. Wenn du da ja ähm, oder? Du bist da ja ähm. Oho? Woah. Mille Kaps? Ja. Bittsiiinnn? Und dann hier ist das live. Was ich dous? Entschuldigung! Nicht lecker. Und Feuerzeug. Das heißt nichts Gutes. Ah, nein. Nein, das wird sie doch jetzt nicht wirklich tun. Oh Gott. Oh mein Gott. Da würde ich aber auch heulen. Wir müssen weiter. Wir müssen deine Freundin retten. Deine beste Freundin war das glaube ich. Ich mach wieder ein paar Feuerpfeile. Okay, cool. Die 1. Okay. Das ist ja auch, dass du das nicht hast. Ich mache es. Ja. Ich mache es. Ich mache es. Ich mache es. Ja, ich mache es. Ich mache es. Ich mache es. Ich mache es. Das klingt nicht geil. Das klingt gut. Das klingt gut. Wo ist denn da so die Kippen? Wo ist noch so einer? Oh, ich seh den grad nicht. Waren das? Ich seh den nicht. Aber ich merke, dass er irgendwo hinter mir ist. Oh, wo ist denn der? Ich seh den gerade nicht. Ja! 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 Das war's für heute. Was? Oh Mann. Es tut mir leid, wenn ich da nichts sage, wenn ich mich gerade konzentriere. Ist es jetzt vorbei? Ich werde jetzt kurz den Punkt verteilen. Okay, machen wir. Zusätzliche EP können wir gebrauchen. Sind jetzt die Leichen dadurch weg? Ne, hier unten sind sie noch. Denn ich muss meine Muni wieder einsammeln. Waren hier unten irgendwo noch welche? Da unten ist aber ne Muni-Kiste. Ja, ja, schon gut. Die Munition brauchen wir aber nicht. Ähm, sonst noch irgendwas hier? Ähm, die hier vorne können wir auch einfach aufschließen. Okay, ab jetzt ist das vielleicht ganz gut. Dann können wir noch mehr Sachen finden. In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. In roh waren kleine Behälter für persönlichen Besitz. Eine Art Frühform des Geldbeutels. Okay, guck mal. Das sieht cool aus. Okay, cool. Cool, cool, cool. Ähm, wir schießen uns jetzt einfach mal die Wege frei. Ich muss mir jetzt leider noch weiter umgucken, weil ich hab sonst das Gefühl, wir verpassen wieder irgendwas. Wie hier zum Beispiel diese Pfeile. Die wir wohl brauchen werden. Hier ist nichts. Das nehmen wir mit. Also tut mir leid, dass ich gerade so ruhig war, aber ich musste mich da mal ganz kurz konzentrieren, weil ich wollte nicht schon wieder... ...komplett ablosen und äh... ...ja. Kann ich auch noch ruhig, weil hier ist auch noch Blut. Okay, Schrotflamte Teil 2. Ähm... ...ja. Ist hier irgendwo was? Nö. Dann gehen wir jetzt hier wieder runter. Und... ...gucken mal, wo wir jetzt dann hinkommen. Oh. 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 Perman. Ja. So dadurch, dass wir darüber auch noch gucken wollen. Das ist ja nicht gesprungen. Na gut. Laura schwächelt jetzt auch schon ein bisschen. Na gut. Okay, wir lassen das. Ich will sie jetzt auch nicht zu Tode quälen. Laufen wir jetzt hier durch. Oh, da kommen wir gar nicht durch. Wir müssen da hinten rüber. Aber ich komme vielleicht auch hier hoch. Jawohl. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Waren wir hier schon drin? Nein. Sonst hätten wir uns... Also ist ja schon alles entdeckt. Okay, das ist der Gang hier. Also, ähm... Tut mir leid, aber... Hier liegt was. Irren, Huren, Söhnen. Es wird sein wie früher. Nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam. Die werden hier lebendig gefressen. Das hört sich ja gar nicht so gut an. Ähm... Hier haben wir noch... Munition. Äh, Munition sag ich jetzt schon. Ähm... Dings. Da ging's gut. Da war aber was. Mittlerweile sind wir über 100. Wir räumen den alten Palast frei und beginnen bald mit dem Bau einer Stadt am Fuße des Berges. Die Japaner haben hier vor Jahren ein Frachttransportsystem errichtet, das wir in Stand gesetzt haben. Matthias sagt, wir bauen zu Ehren der Sonnenkönigin, wie bei einem antiken ägyptischen Monument. Aber mir ist klar, was wirklich vorgeht. Matthias schindet Zeit. Das gewaltige Projekt soll alle nur beschäftigen. Trotz der Rituale, der Stürme und der Hinrichtungen werden sie sich irgendwann gegen ihn auflehnen. Und wenn das geschieht, bin ich bereit, das Kommando zu übernehmen. Okay. Gibt ja immer einen, der der Anführer sein möchte. Das ist ja das Problem. So. Dann hüpfen wir einmal wieder hier rüber. Hier ist nochmal Muni. Hier können wir auch noch hoch. Noch mehr Muni. Das nehme ich doch gerne mit. Okay, also ich würde sagen, wir beenden die Folge jetzt hier an dieser Stelle. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.